Aber auf jeden Fall, wenn ich irgendwas so über Gender schreibe, sind die Reaktionen völlig anders, als wenn ich die Kirche kritisiere. Ich werde nie eingeladen zu was. Und die Kirchenleute sagten, wir finden es toll, dass sie sich immerhin für uns interessieren. Das sagen die Genderforscherinnen nicht. Also, ich will mal so sagen, wenn Leute sagen, ihr dürft euch auf gar keinen Fall über uns lustig machen, ihr dürft auf gar keinen Fall in Frage stellen, was wir machen, das ist nicht erlaubt, dann muss dieser Personenkreis desensibilisiert werden. Das ist ganz wichtig. Da muss man mehr Witze darüber machen und da muss man es häufiger in Zweifel stellen. Denn was ist denn der Geist von Wissenschaft, das Fundament von Wissenschaft, der Zweifel? Nichts anderes. Das, was Wissenschaft, und die Genderforschung sagt ja, sie sei eine Wissenschaft, das, was Wissenschaft vor 100 Jahren verkündet hat, ist in nahezu allen Disziplinen nahezu vollständig überholt heute. Wir können also getrost davon ausgehen, dass das, was wir heute für richtig halten, zu großen Teilen in 100 Jahren nur noch Heiterkeit erregen wird bei den Leuten. Weil es eben überholt worden ist. Und Wissenschaft kann überhaupt nur durch Zweifel, durch Infragestellen, durch Widerspruch in irgendeiner Weise weiterkommen. Deswegen lehne ich die These ab, dass man irgendeine Wissenschaft nicht grundsätzlich in Zweifel ziehen dürfe. Also, ob das dann stimmt, was ich sage, steht auf einem anderen Blatt. Hat sich Alice Schwarzer zu ihren Genderäußerungen geäußert? Ja. Eher kritisch, glaube ich. Aber wir verstehen uns eigentlich gut. Sie hat ein Vorwort geschrieben zu einem meiner Bücher und sie ist also nett und hat jetzt also nicht irgendwelche Strafmaßnahmen gegen mich gefordert. Vielen Dank. Vielen Dank.